so willkommen zurück zur nächsten runde auf dieses spiel in der mitte und zwar damit kardemann maokai und jinx sind die gleiche im letzten spiel die haben mich einfach eingeladen wieder random finde ich ganz cool das schmachen ich wollte mich einfach aus dem grund nicht hin weil ich dachte es um drei sind denn twisted wird auf jeden fall spiel gegen fitz frisst das fisch ja der wird halt denke ich mal immer mit seinem e raus kommen denke ich mir zumindest so mit den puppen kannst du halt übelst schnell alles machen das ist halt so strange mit den zepplingen das ist so krank alter immer schön auf max range werfen die teile dann klappt das mit dem nachbarn die werden darüber nichts allzu viel zu lachen haben vor allem kann man nicht obwohl wenn sie level 2 sind ihr schild nimmt dürfte schon ziemlich geil werden so ich stelle hier noch ein wort rein zack ist sowieso gering cool dann von wie viel cool dann hat es schrieb nicht durch da ist nicht viel wie ihr seht oh jetzt wollen sie es von der seite boots bitch bam bam klippscher die wave der wird auf jeden Fall gleich am Hufu schreien denke ich schade geht nicht rein aber seine Fläche ist schon mal draußen bam naja jetzt wird er halt nur noch springen das geile wird das geklicker alter wenn ich da halt nur noch mein schild mache weg vom farm junge weg vom farm trotzdem getroffen ich kann mir einfach so derben auf den sack gehen hin da schade hier geht nach oben Boots, Bitch Get out the way Ups Und wir sollten zurückgehen So, wir steigern natürlich die Q und den E Die W brauchen wir erstmal nicht Die kommt erst im Teamfeld nachher zustande Ja, das ist halt etwas, was wir brauchen Das Ding nicht zum Anfang Loden-Spawner natürlich, wieder First-Item natürlich Schuhe nehmen wir mit Tränke nehmen wir mit Und einen Pink nehmen wir mit Einfach nur, dass wir uns nachher drauf porten können Wir porten uns auf jeden Fall in die Mitte zurück Zum Level 4 So So Out, sneak den Jungen Wo ist er jetzt hin? Na das Expected, wo du hingeschrungen bist, Junge Wieder auf die Q natürlich Jetzt können wir hier nochmal ein Wort reinstellen Ich steig gleichzeitig hier in Pink rein Hey, kannst du mal nicht weg hier von mir? Ich geb ihm jetzt grad ein bisschen viel Ah, schade Ich meine, heute schade Ich bin jetzt mittlerweile auf Doom Und da ich halt durchgängig mal ein Schild habe Ich bin nicht unbedingt Trotzdem noch betroffen Immer weit auf die E Ich bin hier halt nerven jetzt mittlerweile auf Doom Ja, das geklickt Ich weiß nicht, ob ich das überhaupt rausnehmen kann Ich bin hier für mein Wort hin Auf jeden Fall Ich würde gerne den Drake machen wollen Ich weiß nicht, ob ich den Solo kann Weiß ich noch nicht Ich denke nicht Dafür hab ich zu wenig Leben Der Fisch Ich muss den Drake jetzt aufhören Deswegen, das ist ziemlich schlecht Warum sind die nicht gekommen zum Drake? Das Geil ist halt, der macht keinen Damage an mir, ne? Nice Kein Schaden Das ist ein dummer Rumgespräger, ne? Das ist halt so übelst nervig, Alter Das ist einfach so nervig, Alter Ach, shit, ich wollte meine WS gehen Das halt nicht mehr wegkommt Die ganze Zeit Oh, kann er suchen Mews können das gerne machen Ludens Echo Fehlt uns immer noch Gold Ne, doch nicht Da, Mann Komm, lass mich Ah, ey Fisch Da hat sie rumgesprungen, das ist halt tierisch nervig jetzt so Jetzt hat er, denke ich, mal komplett hochgespielt Ich muss mal abbrechen Ja, nur ein Schaden, ne? Ich habe das viel nicht getroffen Komm schon Nice Getroffen So, jetzt endlich mal die W Was soll er denn machen, Alter? Du hast mir keinen Schaden, Alter Du hast dich einen Fisch Kriegt da durch Ludens in die Menge Schaden, ne? Ach, ja Steht ein Mord, warum? Man hat jetzt da ein Mord hingestellt Mein Finger tut so weh, Alter Oh, wir sind drauf, ist gut Jetzt kommt er erst mal in der Mitte Nerven So, können wir den Tower auf jeden Fall mal schreddern jetzt so Hackerin ist durchgekommen Wow Das habe ich gar nicht mitbekommen Nice, Alter Oh, komm, hat überlebt Das verstehe ich jetzt gar nicht So, jetzt noch mal gucken So, jetzt noch mal gucken Wo die Drake bekommen hier Was ist doch eigentlich Komm herr! Kommt wer? Wo sind die hin? Die loyal Hacker Dead Flash Nice Kann sich schon mal wenigstens exekuten Schafft das? Oh Leute Nein, mir pingst du still Endlich Was? Was zum Hacker? Der Hacker, der hat mich gekillt, Alter What the fuck Jesus verging Marker ist aber auch so übelst nervig und stumpf So, die letzte Q Die letzte E Jetzt können wir R und W hochskillen Einfach um noch ein Keine Ahnung Also die R zu skillen Nötig sich halt überhaupt nicht Mach doch den Oh, den pingter Weg Oh, doch, genau Ich dachte, ich habe den Klon Warten kann Oh, lol Was hat die? Was hat die denn an Items? Nichts, ne? Ne, sie hat nichts Sie geht auf Kelch, Alter Warum geht sie denn auf Kelch, Mann? What the fuck? Tschüss Hm, don't mess with Karma Au, der wollte so schocken wollen Was ist denn der hin? What the fuck? Die Karten hat gehört Hä? Der ist zu Swain? Wieso, please What the fuck? 1700 Ne, ich wusste, muss ich was machen One-Shot-Viecher Ich bin level 11, hier bin level 12 Aber das wird es auch schon wieder 1639, wir sind gleich angelangt Da habe ich wieder selbst rausgezogen Wieso? Oh, bis jetzt Wieso? Und dann, wir sind ja Jingle Oh, bis jetzt 2040 Wieso? Die Karten hat Ich bin kein wir gehen mal zurück wir haben 2000 volt und holen uns rabattons und danach denke ich mal hatte ich das geil ist sie haben den fokus nicht so für mich ne also meine teammates ich ziemlich gut finde so was ist es gehen wir auf das ding porten uns mal runter auf die bootlein aus menschen schafft jetzt auch kennen kam es halt ein biest in diesem gamemod ihr habt ja gesehen wie oft ich die ulti von ihm gefressen hat das ist unfassbar du kannst du dich jetzt auch verpissen Wir flächen immer beide in die Höhe. No problems, bro. Ist ja angreifend verschneidert. Könntest du mit auf den Tower gehen? Obwohl, der macht mir keinen Charme mehr. Also, auch so übel ist geil. Ja, vor allem, guck mal, wir machen den Tower, das interessiert die gar nicht. Wir kennen ihn zumindest nicht. Lol, der ist an dem Funken nicht so rum, Alter. Geil. Oh, mit dir. Ich bin ein Starro. Da sind halt wieder wahnsinnig gute Champions durchgekommen. Die haben auch ziemlich gut gebannt, eigentlich. Aber, guck mal, wir haben zum Beispiel schon Hackerim drin gelassen, Hackerim spielt. Und er ist eigentlich gar nicht so krass OP, wie man sieht. Also, wir können ihn halt ziemlich schnell und ziemlich schlecht wegbörsten. Das ist halt schon ziemlich GG, ey. Trotzdem bilden wir uns darauf mal nichts ein. Es ist ja nur... Uff, uff, uff. Zack, wir wollen noch ein bisschen Gold. Daher ein bisschen Tryhaden hier. Ein bisschen Jungle clearen. Nächster Trick ist auch unser. Zack. Alles mit Null Schaden. Der sieht mich, aber wo wird er hingehen? Da geht er aber ran. Nehmen wir den Red noch. Boah, sieht so keiner von denen. Der hat noch keiner gemacht, oder? So von uns dann gleich. So, zack. Ups, da war der Fritsch. Alter, was ist los? modern ist ja nicht so unbegründet. Und? 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 Tschüss. Ich hab wohl Leben verloren, guckt euch das an, Alter. Das ist so krank, dieses Schild, ey. Aber nur. Tschüss. Haha, nice. What the fuck, Alter? Ich konnte ihn, glaube ich, jetzt nicht killen, wenn er sich weggeportet hat. Bleib mal hier, Junge. Oh, tschüss. Ja, wie gesagt, das Schild ist halt so unbändig krank. Ich will mir jetzt probieren, halt zu killen, lowlife. Gut, das war es wieder im Off-Modus. Meine Finger tun mir auch ein bisschen weh. Ich danke euch, auf jeden Fall viel zu gucken, weil zunächst mal haut rein. Hau rein.